Musik Moin Leute, hier ist wieder euer Arnie Saphir mit einem weiteren Part zu Mario Kart Super Circuit Im letzten Part, wie ich mich noch daran erinnern kann Waren wir im 150er CCM im Pilz Cup Und haben den, naja mehr oder weniger bestanden Haben wenigstens noch einen Gold Pokal bekommen Und ja, mal schauen wie es diesmal so abgeht Wir nehmen natürlich wieder Zufall Mal schauen, wen wir diesmal bekommen Und es ist der gute Luigi Und im Blumen Cup wird uns Luigi beweisen, was er so alles drauf hat Dann legen wir los Viel Spaß Der Anfang macht auf jeden Fall Marius Circuit Und ja Und los geht's Das ist ja wieder Gewöhnungssache Also, ähm, ich hab das jetzt lange nicht mehr gezockt Und ich glaub Man sieht's sogar Mehr oder weniger Weil, ähm Ja Ich mach da jetzt Also ich zock das jetzt eigentlich nicht so privat Außer damals Ich glaub ich werd mal den Pilz mal benutzen Weil, ähm, weil ich's eigentlich zock ich das nur Während ich halt hier eine Aufnahme starte Naja, okay, ich mach noch diese Testvideos oder so Weil das mach ich kurz vor, ähm, vorher Bevor ich nämlich aufnehme Ich mach das nämlich nicht gleich so Weil, wegen Lautstärke und so Deswegen mach ich immer so ein paar kleine Aufnahmen Für mich selber Und, und hör mich Also, ich hör auch alleine hin oder so Und Ja, das ist jetzt ein bisschen Nicht so ausgedrückt Aber hoffentlich versteht ihr, was ich damit gemeint habe Ähm, na Ich bin momentan grad erster, cool Bis jetzt läuft's gut Bis jetzt läuft's auch gut Könnt den Panzer mal wegschmeißen Ja, wir sind auf erster Platz Ja, cool Also, wenn das so Weiter läuft, dann Könnte sogar heute was werden Und nicht wie bei den letzten Parts Das ist das Gefälle Und wie ich immer übelst ausgerastet bin, ey Ja, das war schon richtig heftig Noch jedenfalls bei den Testaufnahmen Ich hör mit dir halt auch immer an Und guck, was ich immer halt so ein kleines bisschen verändern könnte Na, okay, diesmal kein Turbo statt, aber egal Ähm, was ich diesmal halt immer so verändern könnte Weil wegen Lautstärke und so Und ich weiß noch bei Part 2 Ähm, ja Ich glaub, bei Ich weiß nicht, was für ein Part ich das euch gesagt hab oder so Oder ob ich überhaupt gesagt hab oder so Ähm, ich benutze immer die Kopfhörer Weil ohne Kopfhörer Und ich bin mir da runtergefallen Wie geil Ich werd diesmal nicht ausrasten Na, das ist mir zu doof Naja, vielleicht kommt's ja wieder an diesen Part Dass ich wieder übelst ausraste Das kann ja auch wieder sein Wir benutzen mal hier die Red Shell Treppe Pilsch, sammeln wir noch ein paar Münzen rein Bis jetzt haben wir sehen Vielleicht können wir ja noch ein bisschen mehr sammeln Ähm, ja mal Auf jeden Fall hier mal wird aufpassen Weil diese Strecke und so Ist uns ein bisschen neuer Ne genau, ähm Wegen der Lautstärke und so Bei mir, ähm, Kopfhörer Hört sich das zwar übelst laut an Also sag ich jetzt mal so Und bei der Aufnahme, ähm Hört sich der, ähm, In-Game-Sound Zwar ein bisschen Na Leise an Bei der Aufnahme Also Danach halt Nicht jetzt Gerade beim Aufnehmen Sondern danach Wenn ich mir mein Video halt selbst angucke Da hört sich das meistens halt so übelst leise an Halt wegen besprechend Ohrkohlensternen Kann man gleich einsetzen Ähm Da hört sich das halt übelst leise an Vorsicht Wenn's geht Ich hab extra so gut gebremst Ja genau Klar Vielleicht bin ich nur wieder übelst zu dumm dazu Treffen wir die Doggy Kong Nein wir treffen nicht Ich hätte mich jetzt fast selber getroffen Warte mal das ist ja die dritte Runde Nein jetzt darf man Oh Nein Alter was ist das für ne Scheiße Mann Junge Mann Ey Was soll denn der Scheiß Ja nochmal Na was denkst du Du fragt nicht so doof Natürlich wollen wir das noch mal machen Ey Was für ne Frage Ach man ey Jetzt ist schon Ich hatte keine Lust mehr Geht mal weg hier Naja jedenfalls Hört sich das dann halt bei der Aufnahme übelst leise an Also wenn ich das Video halt angucke Aber jetzt grad beim Aufnehmen Ich mach das ja alles über Kopfhörer Weil da hört sich das Sound halt ein bisschen besser an Fehn dich Wieso bin ich nicht gerade gefahren Junge Mann So eine Kacke Ich hab doch voll Mario getroffen Ja genau Das prallt dann einfach so an der Wand ab Ist klar Ja ja Forsen kann ich mich selber Kann ich auch mal ein item oder so mal bekommen oder so Wäre nett Hörst du mal auf Ja ich mich denn nicht so zu schubsen Es geht übelst auf den Sack Ich glaub ich werde die Abkürzung nicht mehr benutzen Das ist mir zu blöd Weil wir sind jetzt in der Zeitenrunde Sechster Platz und ja Kein Kommentar Dunkelkong habe ich getroffen Mario werde ich jetzt auch treffen Den Stern werde ich jetzt auch benutzen Vielleicht wird es jetzt auch ein bisschen besser Ich werde mal hier Ja oder weniger Nein das war so doof Wie gesagt Ich werde die Abkürzung jetzt nicht fahren Yoshi Junge Wenigstens ist immer jetzt dritter Platz Wenigstens kein fünfter oder so Wie gesagt Ich hatte es ja euch schon mal gesagt Beim Part Mindestens bis vier der Platz Ansonsten ist man Der Noob schlechthin Sag ich mal so Weil sonst darf man die Ränder noch mal fahren Und maximal eh nur dreimal Das ist man total down Und darf man den kompletten Cup noch mal fahren Und das ist übelst nervig ey Zum Glück ist mir das Damals wo ich das privat gesagt habe Noch nicht mal genau so gegangen Dass er das den ganzen Cup noch mal fahren durfte Zum Glück Zum Glück Aber das hat man im letzten Part glaube ich nochmal Eben da war das im letzten Part Oder im vorvorletzten Part Oder so Das weiß ich gerade gar nicht Aber ich glaube das war genau im letzten Naja egal Machen wir mal die nächsten Es müsste jetzt die vorletzte Strecke Müsste das sein Und natürlich ist das Kieseland Ich glaube ich habe immer noch nicht seine Geräte Wieso das ist mit diesen Aufnahmen und so Naja ich mache immer davor halt immer wieder Diese ganzen Testaufnahmen und so Und dann Ja Ich bin dir halt an Dann halt während der Aufnahme Ob das auch alles ist und gut ist Und somit der ganze Sound Und wenn es halt okay ist Und dann Mache ich das noch Eigentlich nicht bearbeiten Weil Ich habe Ich hatte ja mal die Skinner Master Und das nimmt nur 30 FPS auf Und das ist mir zu blöd Und das will ich nicht hochladen Meine Videos ist zwar nur bis 480p Das tut mir halt leid Weil Das Aufnahmeprogramm Ja Kann es zwar wenigstens flüssig machen Und so Also Das ist Wario Junge Was war denn das jetzt Wieso ist er nicht genug hochgekommen Ich war Ich habe mit Absicht jetzt den Pilz genommen Ja jetzt geht er hoch Was wartet Das war das irgendwie Backen oder so Oder hatte ich nicht genug Geschwindigkeit aufgebaut Weil das weiß ich gerade Achso es war ein roter Punkt So ich hätte gedacht es war ein Pilz Okay Anderes Thema auf jeden Fall Ich habe noch Einen anderen Channel Mit ein paar Freunden Da heißt Time To Pain Ich habe da nochmal kurz das Info Video gemacht Auf meinen Kanal Und ja Vielleicht Wird er ja was draus Vielleicht kommt ein bisschen mehr Bis jetzt haben wir Oh es war geil Ey Hätte ich doch Hätte ich doch schnell Dann noch Noch so schnell Wie es ging Noch den Mario getrunken Wäre ich bestimmt Erster Platz Ey Der Schluss war gerade übelst geil Wirklich Der war der Hammer Aber bis jetzt Im allgemeinen Zweiter Platz Und ich glaube Das war die letzte Strecke Oder Ah ne doch nicht Okay Komm 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 Jetzt Jetzt müssen wir Jetzt müssen wir uns anstrengen Erster Platz Wir wollen den Gold Pokal Ich habe keinen Bock auf den Silbermannen Okay Ich kann es halt noch privat Noch machen auf den Gold Pokal Aber das ist egal Ich mache das dann eh früh oder später Ja genau Ich wollte gerade die Münzen bekommen Aber egal Wie bekommen jetzt schon einen Pilz Naja Ähm Jedenfalls Kanal und so Mit ein paar Kumpels Zwei Videos sind schon draußen Das ist sogar mein Gesicht zu sehen Wer hätte das gedacht Naja Jedenfalls Ihr könnt ihr meine Hässliche Frätze Mal sehen Wie es so aussieht Und Ja Vielleicht wollte der Kanal was Bis jetzt haben wir Zwei Abonnenten Na geht die andere Zählen nicht Weil das Weil das von meinen Von meinen anderen Kanälen ist Deswegen zählt das nicht Die anderen drei Ich würde gerne wissen Wer uns abonniert hat Von den zwei Leuten Ich habe darauf ein Infovideo gemacht So ein kleines Das werde ich euch extra unten in die Videobeschreibung packen Und Ja Wäre gut wenn ihr mal vorbeischauen könntet WTF Was war das Wir ballern mal Yoshi ab Bin ich dann Bitte wenigstens vierter Wenn es geht Yoshi Oh sogar dritter Wario ist eher so Nein 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 Das darf nicht wahr sein Nein Nein Du Arsch Wario 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 Verdammte Scheiße Man Den Also das muss ich nachholen Damit ich einen Goldpokal bekommen Beziehungsweise Let's play halt selber Pokal Aber ich werde das privat gleich So schnell wie möglich nachholen Damit ich einen Goldpokal bekomme Der Rang ist mir sowas von scheißegal Ey Aber Naja Es ist halt geschehen Ich glaube das ist nicht das erste Mal Wo wir zweiter Platz geworden sind Ich glaube das ist schon in Ähm In irgendeinem Part passiert vielleicht Oder waren das sogar in zwei Parts Ich glaube Ne Oder Ich weiß es jetzt gerade nicht so richtig Ach Ist ja auch egal Naja Jedenfalls War es ja auch erst mal für heute Wenn es euch gefallen hat Lasst eine Bewertung da Und abonnieren Unten Um nichts mehr zu verpassen Dann würde ich sagen Wir sehen uns wieder Wenn es wieder heißt Mario Kart Super Circuit Bis zum nächsten Mal Euer Alisa 4 Ciao Leute Macht's gut Haut rein Ciao Jun ник Schöpf Tschöpf Two 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 ally Two Two Three three Bis zum nächsten Mal.